Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together im Sonnenaufgang mit Astreiter. Ja, recht herzlich willkommen und ich begrüße auch den Knoller. Ja, ich bin auch da, genau. Die Sonne ist jetzt bald am Himmel. Wir sind immer noch am Kathedralenbauen auf dem Damakasch-Server. Wie gewohnt. Wir müssen mal gerade gucken, wie viele Steine haben wir noch genug. Oder ich habe noch genug Steine. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Knoller. Ich brauche keine Steine mehr. Ich brauche jetzt noch eine Axt. So, ich muss nach oben wieder. Und ich weiß gar nicht mehr, kamen wir hier rechts drüber? Oder haben wir da schon abgebaut? Ne, wir kamen da wohl noch hin, oder? Aber nicht so wirklich. Ne. So, gucken wir mal, ob ich da noch hinkomme. Ich gehöre das hier lang? Oder nicht? Ne. Schade. Da geht's hoch. Alles klar. Komisch. Hier war er fertig, ne? Ja. Ach, da kann ich schräg hoch. Alles klar, jetzt sehe ich's. Okay, dann gehen wir da hoch runtergefallen. Schade. Kein Leben. So, hier hoch. Und dann müssen wir hier irgendwie weiterbauen. Das ist mal eine Zwischenfrage. Wie weit ist denn die Kathedrale jetzt so von außen? Wie von außen? Ja, du brauchst ja gerade das Äußere. Ich baue ja das Innere. Ich bin fast mit dem Schiff fertig und dann fehlt nur noch der Turm. Okay. Ja, also ich bin hier bald auch mit dem Inneren. Also mit der oberen Etage. Okay. Mit Temporen. Irgendwie fehlt mir Sand. Habe ich noch Sand im Gepäck? Nö. Egal dann. So. Fast runtergefallen. Oh, nur fast. Ja. Sieht jetzt irgendwie so aus, als ob das nicht passt. Täuscht das oder ist das so? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Das ist schon die richtige Höhe. Okay. Ich brauche irgendwie noch Erde, damit ich da oben besser bauen kann. Hast du noch welche? Ich buddle hier gerade oder ist irgendwo anders was zu buddeln? In der Kiste ist noch ganz, 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 ganz viel. Okay. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen aufgebuddelt und fertig. So, jetzt bin ich wieder oben und baue erst mal wieder weiter. So, ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, diese Folge, das mal alles auf jeden Fall abzureißen. Das sollte mir schon geschafft sein. Okay. Oh, Held. Ich habe es geschafft, wieder zwei Steine zu bauen, die ich gar nicht haben wollte. Vielleicht kommen wir auch noch mit der Hälfte Sätzen hin. Aber das Sätzen ist ja immer so ein bisschen... Mit was kommen wir hin? Die, das Holz Sätze. Okay. Diese Folge. Sind ja nicht mal knapp vier Minuten drin, da jetzt. Okay. Quatsch, Zeit. Hier muss noch ein Stein hin, oder? Ja. Da kann dann auch einer einen Schritt zurück. Gut, passt. Oh, da oben muss auch einer hin, glaube ich. Oh, ich habe hier die falsche Taste gedrückt. Jetzt ist die Axt kaputt. Wie soll es nicht noch so viel Holz rum am liegen? Gut. Da habe ich noch irgendein Holz, und dann haben wir noch... Na ja, das braucht keiner. So, da muss auch noch einer hin. Passt. Oh, da ist nur eine, glaube ich. So, ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Gut. So, noch zwei Reihen. Abbauen. Dann bist du wo fertig? Dann habe ich erst mal alles abgebaut, und kann das mit halben Stufen ersetzen. Okay. Da. Was noch Erde hin? Da auch. Boah, ich kann keine Erde hin machen, weil da kann ich so bauen. So, ich hoffe, das ist so richtig. Aber es sieht eigentlich... Ah. Irgendwie habe ich es heute mit einer falschen Taste. Ich auch. So, das... Da sollst du nicht so viele verschiedene Spiele an einem Tag spielen. Sieht verkehrt, glaube ich, aus. Da muss das schon wieder runter. Okay, dann kann ich wieder abreißen. Das war falsch. So. Ich stelle jetzt die Frage, wie es dann muss, ne? Falsche Taste, sage ich ja. Ich muss es doch wieder umstellen. Das ist der Richtige hier, genau. Das heißt, ich kann, glaube ich, da noch was weiter bauen. Ah, jetzt ist es wieder so. Genau, jetzt... Jetzt wieder richtig herum. So, der muss da hin. Der auch. Und der auch. Und der auch. Und da? Wie geht es da weiter? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt mir besser von oben an. Geht das von hier bis da? So, dann noch eine Reihe daneben. So, da gehe ich mal da rüber. Von da kann ich das, glaube ich, besser bauen. Oh, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Und da muss auch noch einer hin. Das heißt... So. Gehen wir mal da hin. Da muss keiner hin. Hier muss einer hin. Du, 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 du. Aber den kann ich auch zubauen hier. Tja. Das ist einfach meine Tür auf, so will ich runterfallen. Ich muss doch einen von der anderen Seite was bauen. Von unten bauen, vielmehr nicht von der anderen Seite. Ich muss jetzt da rein. Da ist auch noch ein Stein. Den nehme ich auch noch mit. So. Er sieht nicht ganz schlecht aus da oben. Na, das hat nicht geklappt. Jetzt ist er auch runtergefallen. Ich mag das nicht, wenn Blöcke runterfallen und nicht wo oben lag. Okay. Wenn ich sie falsch schätze, mache ich sie auch. So, da muss einer hin. Ne, da muss auch einer hin. Hier müssen zwei hin. So. So. Jetzt kann ich wieder Neues machen. Neues von uns. Ups, runtergefallen. Wo in welcher Kiste war das? Vor der Tür, ne? Der Sand. Die Erde. Die Erde, genau. Ach, ich habe auch noch ganz viel Manöntar, sehe ich gerade. Wo bist du? Ich bin schon an der Kiste. Ah, da bist du, ja. Dann kannst du mir auch rüberwerfen, oder? Ich weiß nicht, wie viel du brauchst. Ja, reicht dann wahrscheinlich schon. Ich weiß ja nicht. Hinter dir liegt auch noch ein bisschen was. Ach, ich habe es gar nicht aufgenommen, glaube ich, alles. Ja, hinter dir? Ja, ich habe es jetzt. Reicht erst mal, denke ich. Ja, jetzt ist es bestimmt genug. Und ich glaube, ich habe auch viel zu viele Halbstufen gemacht, obwohl das kann sich, ich weiß nicht, mit den Halbstufen ist es bei mir immer so. Oder halt generell mit Minecraft-Kleppen. Ich weiß nicht, ich habe schon genug, sondern noch zu wenig. Das kann man so schlecht abschätzen. Also, ich habe mir als Ziel gesetzt, in der Folge hier alles bis zu diesem Pfeiler mit Holz zu machen. Und das werde ich wohl locker schaffen. Okay. Also, das passiert jetzt öfter. Dass ich den Block falsch setze. So, oh. Die Frage, ob ich da richtig bin. Ah, ich glaube nicht. Ja, ich habe eben geredet von wegen, das reicht ja gar nicht. Ja, das ist viel zu viel. Ich glaube, das reicht nicht mal. Ist das so richtig gebaut? Sieht so komisch aus da. Da fehlen noch Steine, sehe ich schon. Shit, da komme ich von hier gar nicht hin. Vielleicht kriege ich so hin. Ne. Leider nicht. Dann gehen wir hier hin. Gucken, dass wir da rüber kommen. Und. Jetzt lass es doch klappen, geht nicht. Shit. So, Ziel ist geschafft, wir können aufhören. Okay. Geh, geht nicht. Muss ich noch einen Stein daneben bauen. Und dann falle ich runter. Super. Cool. Ich glaube, ich sollte, wenn ich hier baue, nicht so viel reden. Ich konzentriere mich jetzt viel mehr jetzt. Na, ich habe geredet und dann falle ich runter. Okay. Das war irgendwie so klar. Ne, wenn ich mich konzentriere, setze ich die Blöcke, glaube ich, viel besser. So, jetzt nochmal. Dann falle ich auch nicht runter. Kann es doch nicht sein, dass es nicht klappt. Jetzt geht es aber. Ich sage, dass der sich mal unten hinsetzt. Jetzt passt es. So, wie sieht es da aus mit dem Fenster? Viel zu wenig Platz. Viel zu wenig Platz. Zwei rein ist richtig. Ich sage rein von viel zu viel. Ja, aber. Ich glaube, wir machen erst wieder eine Unterbrechung, richtig? Und. Ja, ne. Die Folge ist dann auch schon wieder lang genug. Nacht ist es auch. Ich glaube, da können wir eine Pause machen. Boah, kann man machen, ne? Okay, ich gehe noch ins Heuerbett. Ich auch. Liege ich schon drin. Gut, dann würde ich sagen... Ach nee, du bist dran. Dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.